Wollen wir die Wände da noch irgendwie aus Marble oder so machen hier unten? Das wird doch geil. Hier unten? Ja, beim Storage Raum. Mach mal Sparda. Und chill erstes Mal. Erstes Mal muss alles provisorisch sein und Sparda machen wir auch alles schön. Du kennst mich. Ich konnte es nicht lang hässlich lassen, aber chill erstes Mal. Moos, kannst du mal kurz ein paar Kisten machen? Äh, wieviel? Colmstack. Okay, chill kurz. Ach, ich habe da nicht ganz gebot, jetzt. Ich habe auch noch zwei Küsten dabei. Ich bring's da einfach mal. Vielleicht hast du es gleich entstanden. Habe ich das gut gemacht? Scheiße, du bist schon verkehrt drin. Ja, das hast du sehr gut gemacht. Habe ich genug Platz gelassen? Schon, oder? Ja. Raffi? Ja, stell mal hin. Oder ich? Ja. Ja, ich mach die Quarry fertig. Ja, ich mach die Quarry fertig. Ich mach die Quarry fertig. Irgendwo in einem Scheiß-Barm ist noch Holz drin. Moritz zu viel, der baut deine Barm gefälligst g'scheit ab. Ja, ja, ja. Ganz oder gar nicht. Okay, ich kann noch drei Reihen ranhängen. Dann glaube ich haben genug Küsten. Wie hat da vorne Ahnussorbarm rumschwebt? Moritz, wenn du Riesenbäume abbaust, dann kannst du da vorne, draußen. Das ist nicht meiner. Den haben wir nicht oben. Das ist ein riesiger Laubballen. Fralle ist der von dir. Äh, nein. Egal, baut ihn einfach irgendwie mehr ab. Ey, wo ist deine ganzen Dias hier? Äh, ich glaub die hab ich. Weil ich vorher den Dings gemacht hab. Dankst du. Brauchst du die? Ne, ich brauch nur vier. Nein, warte. Acht. Dann haben wir noch zwei. Warte kurz. Das machst du doch gar nicht still. Wir brauchen ungefähr so viel Zeug zum Brennen später. Danke. Okay. Ja, wenn wir solarbetriebene Zeugs haben, dann können wir dann endlich viel brennen. Mhm. Soll ich dir beim Ausbau helfen? Äh, ja, wenn du willst. Aber warte, ich hab noch... Drei Reihen kommen noch dran. Also hier, die da noch. Und dann noch zwei. Nein, nein, Quatsch. Eine noch. Das reicht dann, oder? Eine Reihe noch, das passt dann, oder? Dürfte reichen, ne? Ja. Das ist eine, eine Abstand halt inzwischen, der dahinter ist noch. Okay, wir brauchen erst auf der ganze Diamond Pickaxe. Das heißt, du brauchst noch drei Diamonds. Ja. Das heißt, du brauchst noch drei Diamonds. Das heißt, die haben wir nicht. Hä? Das heißt, du musst noch warten. Das heißt, du musst noch warten. Das ist sicher eine Diamonds. Ja, ich hab noch zwei. Aber einen bräuchten wir noch, um die zu kondensen, und... Ja, warte, dann nimm mal da... Nimm mal kurz irgendeinen Edelstein oder so. Ähm... Thorsten, kurz. Von welchem Edelstein haben wir denn denn? Warte, ich tun mal die Edelsteine. Äh, nein, mach mal Lapis oder so. Oder Redstone oder... Oder Dings... Oder Uran, weil das wär mir eh nie brauche. Uran, genau. Ich tue mal die Beine. Ja, da haben wir nur an dem zwei Stück, eine Konstantierung. Ich hab's denn die Dingsröne getroffen. Hey, wie so sein jetzt, wieso hast du so viel rausgenommen? Was denn? Wo denn? Da waren vorher nur 16 drin in der oberen Kiste. Du hast Gott zwei, zwei Urandum rausgenommen. Ja, das Urandum brauchen wir für nichts. Braucht ihr eh nichts? Ja, das Urandum muss das Uranzellen machen. Und du Uranzellen brauchst du für? Nuklearia, das war. Und den wärmen in den Braun. Das reicht schon. Vor, was brauchst du denn nur, Nuklearreaktor? Energie. Sumaha. Aber der überhitzt relativ einfach. Ich glaub, den kannst du zwölf Minuten rennen lassen, dann musst du drei Stunden abkühlen oder so. Oder du baust ihn ab. Ja, aber das wär ja dann schiefen. Trick 17. Okay. Aufzug beschriften. Die Quarry ist fertig. Erst chill mal. Jajajaja. Ich muss jetzt erstmal ein laufendes Dings-Einsortier-System hinbekommen. Wir brauchen jetzt erstmal viele Pipes. Wir brauchen erstmal viele Schilder. Und Pipes. Schilder. Pipes. Schilder. Ich tue beschriften. Und Rafi tue Pipen. Ich muss das mal Inventar irgendwie leer kriegen. Wo ist denn unser ganzes Holz? Besser auf, was brauchen wir? Wir brauchen die Stone Pipes, ganz einfach. Moritz? Cobblestone Transport Piles. Hast du Holz? Moritz? Ja, chill kurz hier. Ich brauch schon ein bisschen Cobblestone zu Holz. Nein, nein, nein. Passt schon. Wir haben genug. Wir haben auch genug Cobblestone. Ja, Cobblestone brauch ich jetzt, aber... Echt? Ja. Ja. Dann lass ich dir mal drei Stecks draußen. Okay. Und Glas. Haben wir irgendwo Glas? Ja, ich hab 13. 13. 49. Die magische Zahl, 3. Wo ist Glas? Und Cobblestone? Ja, okay, so wir können wir eh nicht aufnehmen. Nicht? Doch. Ich hab Schilder, sehr viele Schilder. So, wir brauchen... Wir brauchen... Äh, mach mal... Mach mal... Hey, wie wärs mal die Reihen auch noch einteilen? Machen wir eine Reihe eher so, äh... Hier zum Beispiel Cobblestone, Dirt, Wood... Und so Zeugs dann hier vielleicht irgendwie Gold... Äh, ich würd die... Die wertvolleren, weniger gebrauchten Sachen nach außen tun und die random Zeugs erstmal hier rein. Ja, das heißt, wir machen... Das heißt, wir machen hier mittler... Also die Reihe hier. Wird, äh... Erst der Cobblestone? Äh... Ja, genau. Hätte ich jetzt auch gesagt. Hier... Also ich hab jetzt zwei Stacks von den E-Pipes. Das ist sehr cool. Wollen wir die doch vielleicht oberirdisch verlegen? Ja, das wär vielleicht fast schlau. Dann können wir es nämlich besser kontrollieren. Kontrollieren und... Ja, bauen auch. Dann Dirt. Äh, was brauchen wir noch? Gravel? Würde ich weiter hinten machen, oder? Dann machen wir, äh, Wood. Ja, hätte ich jetzt gerade gemacht. Ja, hätte ich jetzt gerade gemacht. Wurde dann... Äh... Sandglas? Was? Ey, du weißt, was enggeil ist? Hm? Dass sich jetzt die Schilder, wenn du noch welchem Inventar hast, automatisch wieder auffüllen. Ja, ich weiß schon. Es ist mit allem so. Das ist enggeil. Ähm... Dann... Sandglas, hätte ich gesagt. Ja. Und Gravel Flint und den Rest lassen können wir uns aufheben für irgendwas. Gravel Flint. Zwei haben wir noch. Wir haben jetzt Coast und... Sandglas hast du nicht, oder? Habe ich schon. Also... Sandglas... Ähm... Ähm... Ja, passt eigentlich. Haben wir halt noch zwei Kisten in der Reihe. In der Reihe. Ja. Dann würde ich hier vielleicht als erstes Kohle. Hier. Ja. Oder wollen wir es wieder Fuel nennen, Moritz? Hm... Kann man eigentlich. Weil Charcoal werden wir sowieso draußen lagern. Ja. Dann nennst du es mal Fuel. Wieso Charcoal draußen da? Ja, weil du hast die ganze Kiste die ganze Zeit voll ist. Achso. Fuel. Der kommt da wirklich nur Kohle rein. In Fuel. Okay. Dann, äh... Wie wärs mit... Redstone? Hm, 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 hm. Was dann? Erstmal... Dann holt Redstone, äh... Nikolite, Lapis. Erstes kommt Iron. Das hätte ich eine extra Reihe gemacht. Äh... Mach mal für die... Für die Edelmetalle eine Reihe. Genau. Und für die generell gemeinten Sachen eine Reihe. Dann kommt hier... Dann mach da mal... Äh... Redstone. Ist aber was gemeintes. Sie haben Post. Sie haben Post. Dann mach da... Mach mal da mal Nikolite. Das wird... Das ist jetzt praktisch unsere Dust Abteilung oder so. Äh... Lapis. 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 Was noch? Was wird das? Keine Ahnung. Äh... Mach mal Dust Stuff. Da kommt dann sowas rein. Ähm... Wieso hast du von jedem genau 39? Weil ich insgesamt... Weil du 40 machst automatisch. Und eins hab ich immer für die Alchemical Chest gebraucht. So... Covalence Dust hat eine IMC von 2 oder doch? Ja, dafür brauchst du einen Diamanten. Ähm... Dann... Ja, passt die Reihe. Dann hätte ich jetzt hier vielleicht Edelmetalle, die... Also... Iron. Ja. Das waren... Die Teile zum Beschleunigen waren die Golden Transport Pipes, gell? Ja, genau. Moos, das hast du unschlau gebaut. Ja, ich war ja selbst gerade gemerkt, dass mir die Treppen hinten aufgekommen. Äh... Tin. Oder Copper vielleicht zuerst? Was ist das? Na, Gold hätte ich Werte hinten gemacht. Weil das Wertvolle ist eigentlich. So. Tin, Copper, Silver noch. Jetzt sind wir die Schilder ausgegangen. Ähm... Moritz, was machst du? Warum machst du es so? So scheißegal. Nein. Also ich finde es schon cool aus. Ich finde es schon cool aus. Lass es so. Hey, lass den Bogen da. Der ist schon cool aus, Junge. Ich mach es einfach so. Aber du musst da mit dem Bogen wieder drüben. Baue so einen Bogen drüber. Der ist schon cool aus. Das sieht auch cool aus. Nein. Da kommt jetzt der Bogen drüber sofort. Wow. Ich muss mich gleich verschlagen hier. Das geht so nicht. Natürlich geht das so. So geht es. Das ist da hinten. Geht weg. Ja, genau so geht es. Also das ist asymmetrisch. Du bist also asymmetrisch. Wie besser, wenn wir immer die Kisten hier auch noch rechts machen. Also hier so. Ja. Das ist praktisch immer dann in die Mitte Zeugentaste. Gold, Tin, Copper, Silver. Aber. Ähm. Ich weiß noch was wir darüber machen könnten. Was denn? Da können wir Electricity und so Zeugs machen. Marble. Ja, aber hier machen wir jetzt erstmal noch Bricks. Clay. So. Ich habe keine Krebs mehr. Silber. Das ist die Shit. Ähm. Hier. Danach noch. Brauchen wir hier noch was? Ähm. Wir bräuchten noch irgendwie Electricity und so Zeugs. Ja. Das kommt dann noch ganz links. Äh. Von wo kämen wir die ganzen Items? Ich habe draußen irgendwo ne Chest gemacht. Das heißt wir legen hier noch ne Pipe irgendwo. Warte machen wir den Chest. Dann machen wir hier hin. Hier hin. Ja ok. Electricity. Das heißt wir legen das ganze dann hier unter. Warte zu brechen dann erstmal einen guten Pipe. Wollen wir das wieder doppelt rauspumpen? Ja. Mal ist die normale Wooden Transport Pipe. Oder? Äh. Was? Hast du zum rauspumpen? Wart noch irgendwer Holz? Nee. Ja. Oder? Äh. Hab ich auch. Ähm. Dann könnten wir das da fort. Ich habe Electricity, Edelsteine, Diamant. Bauen wir sonst noch was. Der wird es rausgefunden. Ich werde es zusammengeführt. Ja. Äh. Simon kriegen wir ein bisschen Holz. Hier lang. So ein Hölben Stack oder was. Hier hoch. Okay. Und hier rein. Okay. Perfekt. Das heißt ich tue da irgendwo ne Beschleunigungspipe rein. Wir sehen dann schon wenn wir da irgendwas brauchen. Ja lass das mal so. Kann man spät sein. Wir brauchen jetzt hier zwei Redstone Engines. Dann mach mal random shit. Okay. Irgendwo. Nein die würde ich oben machen. Die würde ich nicht hier unten rein stellen. Na okay. Naja das wäre da unten. Mootz hast du ne Küste oder zwei? Äh nein. Ich mach schnell welche. Hast du zwei Redstone Engines? Nein. Das sieht ja auch nicht richtig scheiße aus was der da baut. Warum denn? Ja weil das an der Seite vorbei geht. Ja das ist auch nicht so dass du zuschauen kannst. Wenn dann muss es über die Menschen drüber gehen. Über. Es müsste über dir verlaufen. Direkt über dir. Hier. Oben. Da. Da. So.